Hallo, ich möchte heute als erstes was über die Brandklasse A erzählen. Das sind feste brennbare Stoffe. Hier fangen wir mit Holz an und dann zeigen wir euch noch ganz viele andere Beispiele für diese Brandklasse. Das war es auch schon wieder bei der Brandklasse. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen und viel Spaß mit der Brandklasse B.